Eine eigenartige Begegnung, die Tina Kaiser von Stern und Alexander Brehm da miterlebt haben. Wie hat Assela Hildmann auf Sie gewirkt in dem Moment, Herr Brehm? In dem Moment war es für mich eigentlich so, dass er extrem überrascht gewirkt hat im ersten Moment. Er hat sich wahnsinnig schnell wieder in seinen Duktus zurückgefunden. Ansonsten etwas heruntergekommen, wenn ich das so sagen darf. Wollt ihr wissen von Ihnen, Frau Kaiser, wie Sie ihn aufgespürt haben, wie Sie ihn gefunden haben? Nee, ich glaube, das hat er überhaupt nicht gefragt. Er hat im Nachhinein natürlich direkt Theorien aufgestellt. Also, dass Telegram seine Location dem BND und dem Mossad gegeben hat und die haben es dann uns gegeben. Das ist der Messenger-Dienst, den er hauptsächlich nutzt. Ja, richtig, genau. Also, dass wir ihn tatsächlich gefunden haben, weil er so dumm war, zu viele Hinweise zu geben. Auf die Idee ist er offensichtlich noch nicht gekommen. Also, er hat dann tatsächlich umgehend im Netz reagiert auf diese Enttarnung, auf dieses Auffinden. Und das war ja auch tatsächlich ein bisschen Aufwand, ihn aufzuspüren. Herr Brehm, warum dieser irre Aufwand über Monate? Sie haben ja Wochen, Monate Ihres Lebens investiert. Ist das Spaß am Detektivspielen? Ist das ein Gerechtigkeitskampf oder ist das so ein persönliches Ding, was Sie mit Hilfmann haben? Also, persönlich ist es auf keinen Fall. Es hat sich einfach so entwickelt. Beim ersten Mal war es cool, wir haben ihn gefunden, ja. Beim zweiten Mal war es dann noch cooler. Beim dritten Mal haben wir dann gedacht, okay, wir haben ja noch ein paar Male zwischendurch gefunden. Oder seinen Weg nachverfolgen können, war es einfach, irgendwann war halt einfach der Jagdtrieb geweckt, ja. Aber wie funktioniert das denn technisch? Wie kann man aus einem Fotodetail oder aus einem Screenshot, aus einem Detail an der Wand, im Garten, an einem Fahrzeug, zu einer konkreten Immobilie in der Türkei finden? Das ist wirklich wahnsinnig viel Recherche, die dahinter steckt. Das geht nicht so von heute auf morgen. Es sind wirklich Stunden, wo man dann Immobilienangebote oder eben Airbnb und was ist das alles. Es gibt die ganzen Portale, wirklich akribisch sortiert. Das heißt, Sie suchen bei solchen Miethäusern wirklich in den Ausschreibungen Fotodetails, die Sie dann wiedererkennen können? Genau. Zu zwölft, dreizehnt, so. Ja. Es gibt inzwischen so eine kleinere Telegram-Gruppe für sehr ambitionierte Fans und Anhänger von Atelier Hildmann, die vor allem auch Geld dafür bezahlen. Das ist offenbar sein Finanzierungsmodell. In diesen radikalen Zirkel sind Sie reingekommen, Frau Kaiser? War das schwer? Das war auf jeden Fall zeitaufwendig, weil er hat, ich glaube, so im Juni angefangen, jeden Tag dafür zu werben. Er hat ja öffentliche Telegram-Kanäle, relativ viele. Und bei denen hat er jeden Tag geschrieben, es gibt eine private Unterstützergruppe, spendet mir Geld oder kauft meine Produkte, weil er hat ja immer noch Lebensmittel, die er bei so einem Nazi-Online-Shop verkauft. Und dann werde die eingelassen. Und ich habe, glaube ich, drei oder vier Personas entwickelt, die sich gemeldet haben und gesagt haben, hier, ich möchte mitmachen. Und die ersten hat er kategorisch ignoriert. Und mit einer dieser Identitäten... Die letzte hat es dann geschafft. Sind Sie in die Gruppe gekommen? Genau. Und in dieser Gruppe hat er auch ein bisschen privater berichtet, zum Beispiel. Und wir haben das Bild gerade eben gesehen, wie er seine Katze zum Tierarzt gebracht hat. Genau. Und das war offenbar der entscheidende Screenshot für Sie, das entscheidende Foto. Vielleicht können wir... Diese Tierarztpraxis ist für Sie so ein wichtiger Hinweis. Ja, die Katze hat ihn verraten, genau. Also das ist jetzt quasi unser Vergleichsbild, was wir bei Google gefunden haben. Genau. Aber man sieht hier, dass die Fliesen auf dem Boden, die sind so komisch gesprungen. Und zwar an vielen Stellen. Und dieser Tierarzt tauchte das erste Mal, ich glaube, irgendwann im August auf. Da haben wir schon gedacht, okay, er hat den Tierarzt gewechselt, weil er vorher an den anderen kannten. Und haben aber noch nicht gewusst, wo wir suchen sollen. Und dann war er dann im September, wussten wir, er hat... Er war bei einem Kumpel, hatte seine Tiere da abgegeben und das war in Istanbul. Und danach ist er nach Hause und am nächsten Morgen ist er zum Tierarzt. Und dann wussten wir, okay, er ist irgendwo in der Nähe von Istanbul und haben dann halt nach Tierärzten gesucht. Also einfach Google-Bewertungen angeguckt, Nutzerfotos. Es war im Endeffekt eine Fleißarbeit von sehr vielen Menschen, die sehr viele Tierärzte in der Türkei jetzt kennen. Und vor allem die Bodenbeläge studiert haben. Aber wenn das jetzt alles Sternenredakteurinnen und Redakteure, wenn das Hobbydetektive hinbekommen, wieso kann das LKA das nicht? Sie haben ja schon sehr frühzeitig die Informationen, die Sie hatten, ans LKA Berlin übergeben. Können die nicht? Wollen die nicht? Ich denke, das ist ein Politikum, das man da einfach nicht will. Also ich gehe davon aus, dass da ein Fehler gemacht wurde und dann man versucht hat, diesen Fehler schön unter den Tisch kehren zu wollen, dass der einfach vergessen und vergeben ist. Sie haben jetzt auch, nachdem Sie Attila Hildmann aufgespürt haben, ja noch in der Türkei auch wieder alle wichtigen Erkenntnisse, alle wichtigen Daten im Generalkonsulat Deutschlands an die Bundespolizei übergeben. Wie hat man reagiert darauf? Als allererstes hat man gesagt, ich soll mich doch an den Anwalt wenden, an den türkischen Anwalt und ihn vor Gerichtshand in der Türkei. Das war so die erste Aussage, die man mir da gegeben hat. Und die zweite war, schreiben Sie uns eine E-Mail mit allen Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben. Haben Sie gemacht? Habe ich gemacht. Und, gab es eine Antwort? Auf Nachfragen gab es eine Antwort, dass man die Erkenntnisse der zuständigen Behörde weiter mitgeteilt hat. Jetzt, dieser Hinweis auf den türkischen Anwalt gründet wahrscheinlich auf der Annahme, dass man ja immer dachte, Attila Hildmann hat die türkische Staatsangehörigkeit, könnte deswegen Zuflucht in der Türkei suchen und nicht ausgeliefert werden. Jetzt haben wir auch nochmal nachgefragt, nachdem da so ein bisschen Ungewissheit auftauchte und die Berliner Staatsanwaltschaft räumt inzwischen uns gegenüber ein, dass eigentlich seit Juni dieses Jahres schon der Verdacht doch verstärkt nahe liegt, dass er tatsächlich nur deutscher Staatsbürger ist und ausgeliefert werden könnte. Berliner Zeitung schreibt gestern, das soll jetzt auch bald passieren. Was wissen Sie darüber, Frau Kaiser? Also es war seit März. Die sagen, seit März wissen Sie es schon. Haben aber im Juni noch gesagt, dass sie es nicht wissen. Also schon allein das zeigt, wie die Kommunikation dieser Behörde läuft. In der Tat, im März kam schon die Auskunft der türkischen Behörden. Und man hat nochmal drei Monate gebraucht, um das intern zu überprüfen. Genau, genau. Ja, und also es gab jetzt eben diese Meldung von der Berliner Zeitung, dass der Kollege, der das geschrieben hat, Kontakte zu Ermittlern hat, die ihm gesagt haben, dass jetzt offensichtlich zumindest die Türkei angefragt worden ist, ob sie ihn ausliefern. Das heißt aber noch nicht, dass er wirklich ausgeliefert wird. Aber es sieht zumindest danach aus, als wenn jetzt etwas in Bewegung kommt. Und endlich. Weil es ist ja auch so, das muss man ja sagen, dass während die Behörden immer behauptet haben, sie sind sich sicher, er hat die doppelte Staatsbürgerschaft, haben die Hildbusters und haben ganz viele Medien schon seit über einem Jahr gesagt, das stimmt nicht, guckt nochmal nach. Fragt beim Einwohnermeldeamt. Da muss irgendwo jemand mal ein falsches Kreuzchen gemacht haben. Genauso ist es gewesen. Und damit könnte der Haftbefehl auch in der Türkei Wirksamkeit erlangen, indem man einen Auslieferungsgesuch stellt. Am 10. September letzten Jahres haben wir nochmal die Behörden darüber informiert. Es gab eine Voice-Message von Attila Hildmann, wo er um Papiere bittet von zu Hause, damit er eben die Papiere einreichen kann, damit er die türkische Staatsbürgerschaft erlangen kann. Die er offensichtlich noch nicht hatte. Ich nehme an, durch Ihre Recherche ist da jetzt ein bisschen Druck auf dem Kessel und ich gehe davon aus, man würde in den nächsten Tagen auch eine Reaktion der Behörden dann öffentlich erfahren. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass wir Sie begleiten durften bei der Recherche und dass Sie heute hier waren. Danke, Frau Kaiser. Danke Ihnen, Herr Brehm.